Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir von Zara Troxa. Heute der letzte Nazi. Äh, mach ich mal hier. Ihr neuer Führer Ronald Johann Trumpf. Deutschwelt, wieder Deutsch machen. Oberster Gauleiter von Neu-Oberbayern wurde der Pfälzer Ronald Johann Trumpf. Er setzte sich gegen seinen Widersacher Hildrich Klinkton durch. Dieser wollte überall im gesamten Gau sogenannte Schutzräume für Weiber errichten, um sie vor dem männlichen Volkszorn zu schützen und den Schutzhaft zu verwahren. Trumpf triumphierte. Er bestach, durch seine offenherzige, authentische Art zu sprechen. Grobsche im Bad Muschi. Aber auch seine radikal beherzte Problemlösestrategie. Kurzhand erklärt Trumpf den gesamten Gau zum Schutzraum für biodeutsche Oberbayern.